Okay, Squad, we need to check the shipping manifest. If any survivors made it off this rock. Woah, erstmal in Steuerung gewinnen. Huhuhuh. Hä? Space Turo? Achso. Was stimmt hier? Ich war irgendwo der Basketball. Oder? War der hier nicht irgendwo? Keine Ahnung, was ist das mit dem Basketball? We didn't miss your hack. Own it, cover me. Attack needed. Attack of fifty percent. Attack that's graphic. Oh yeah, who's the man? We got movement. Ah! Shit! Shit! He looks total insane! All right. Boom! Boom! Was ist denn da? Ich glaube, es sind mehr mit dem Gang da. Ähm, wie war das nun mal? Achso, kann ich da nicht mehr fragen. Also nicht manuell nachladen, sondern lieber den Char nachladen lassen. Weil, äh, sonst die Mumie wegkommt. Ja, ist besser. Ups, Entschuldigung. Oh, schon, Stimmung kann... Nein, jetzt habe ich nachgeladen. Nein. Ich habe das auch auf eine ganz andere Taste gelegt, nicht auf R. Ja, irgendwie ist das nicht so. Das nervt. Ja, uh, sorry. Ich wollte fliegen zu laufen. Komm rein und einer... Endlich muss sie in die Tür zu machen. Das ist doch. Gut. Weg da, weg da. Aber hier ist nur der Turm drin, oder? Ja. Ja. Ist irgendwas in den Kisten eigentlich irgendwann mal drin? Nee, ne? Ich weiß nicht. Warte mal, Ralf, ich will mal die Heilungskönle noch ausprobieren an dir. Bist du denn... Ich hol mal schnell die andere noch. Boah, der ist so weit vorne auf, ja. Ist die ganze Zeit trotzdem... Das funktioniert? Achso, okay. Sonst geht's nur kurz. Ey, Dirk, was machst du? Und ey, Mann. Hier ist auch noch Mundi, ja. Ich hol die zweite... Wie nimmt man die denn auf mit E, oder? Ja. Ach, sch... Hä? Neh mal die andere Waffe. Achso. Ach, schön. Jetzt machen die so komisch auf. Sodass die immer irgendwie im Rücken sind. Achso, jetzt muss ich das machen hier, ja? Ich hätte die ja so gebaut. Fertig? Na egal. Seid ihr fertig? Nehmen wir nochmal Mundi auf. Mit... Mit dem Stern und dem, oder? Ja. Mit dem. Ich kann nochmal eins hinlegen. Du brauchst, glaube ich, ein Vollfilm, Manni. Los, hinne. Da. Ja. Hä, was muss ich denn hier machen? Hacken. Ich muss so lange klicken, bis die Einsen alle in einer Reihe sind. Hals, mit dem Wagen, ey. Höh? Ich mag doch sowas gar nicht. Hä? Ich verstehe das ja nicht. Achso, jetzt verstehe ich das. Ich krieg einfach so lange rum, bis es da ist. Das ist mein gleiches Ding. Ja, jetzt verstehe ich. Fuck. Okay, fertig. Rechts ist ja gar nichts los gewesen. Nukunde! Okay, will jemand noch Muni aufnehmen? Hallo! Wir müssen den nächsten Muni aufnehmen. Dings. Wird immer lustig, wie man gucken kann, wo man noch mal lang gedrungen ist. Äh? Der will, dass wir auf hart umstellen. Archive noch freigeschaltet. Was hast du? Archive mit Perfekt bekommen. Keine Ahnung, was das heißt. Musst du keinen Schaden bekommen, oder was? Wahrscheinlich. Ich hab viel zu viel Franchi Fire gemacht. Na du, okay, kannst du meinen. Ah, es geht zu schnell. Scheiße. So, ich komm, ich mach mal weiter. Jaja, ich seh schon. Es wird Zeit. Schiff, holst du, was? Ach so, das ist ein Schiff. Wann muss ich laufen? Au! Au! Sorry! O Uh, sorry! Wo! Da ist doch ein Sackrass Ah, da lebt der ja noch heute Au Au, sie kommen aus den Fenstern auch Ich finde es irgendwie schwierig, wenn alle so vorne sind und dann irgendwie, ich schieße euch dann, oder schieße euch dann eher an, als dass ich irgendwie, wenn man einen treffe Gibt dir Breffy Fire Könntest du das schon mal sehen? Hin und her, oder? Deswegen versuche ich... Ja Au Hab ich keine Lüge? Ja Die kommen Ja Und kann auch aufs Radar gucken Oh, sorry, sorry Bin nicht vor die Flüte gelaufen Jetzt brauchen wir wieder nen Engine, ja Ja Achso auch Wie ist Moni? Kommt ihr? Kommt der Fahrstuhl Tine, komm Ja Kommt ihr? Tine? Ja Da kommt noch so ein Viech, ja Lass sie doch kommen, wir müssen weiter Tine Tine Ich schweißt dir zu So, Dirk hat keinen Muni, aber hier ist glaube ich welche Da ist die Große Große Muni kannst du noch nehmen, oder? Die hier Achso Jetzt fällt ihr mir immer ein, ich soll Dirk ne Waffe geben, das nervt So, kommt So, fertig Tine, warum hast du die Muni eigentlich nicht genommen? Wo denn? Wo lag Muni? Ich hab's nicht gesehen Ach, ist egal Ach, ist egal Oh sorry, hab ich nicht den Muni bekommen Ha, geile Mucke Eine Zeitlupe Slow Know Know narrow 鼻 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wollen wir die normale Route oder wollen wir jetzt da durchschweißen? Ach du, da kommen jetzt diese... Weg da, weg da, weg da! Ralf, weg da! Siehst das da nicht auf uns? Aber auf dem Dach ist ein... Ja, ich hab's... Ich weiß auch nicht, warum das so kurz geflogen ist. Aber wie kommt der nicht von seinem Dach nach oben? So... Wie bleibt der denn? Kontakt! Let's move! Barney! Hurt! Where does this hurt? Du kannst gedrückt halten, okay. Ja, ich will's Ambo verschwenden... Oh! Ambo schonmal? Heil dich selber mal, Tine! Wie geht das auf... kann ich auf mich selber auch, ne? Ja... So... Ich decke dir jetzt 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 da. Ich meinst du rechts ist es, oder? Da kommt aber mal diese Artillerie, ne? Das müsste... Ah ja, hier... Wo soll ich mich hinstellen am besten? Das Wald deckt... Die Tür... Unten... Und... Die Tür? Die Tür, okay. Tine, du musst dann aber aufpassen, da kommt immer so ein Artillerie-Fiech. Das schließt dann immer rein. Den weitgelben Kugeln. Das steht nicht direkt am Fenster. Ja... Sagen wir uns ja, der Andy muss jetzt hier hacken. Wenn er hackt, geht's los. Erstmal die Tünke schweißen, oder? Ja... Die mit den gelben Kugeln, die kriegst du, Tine, zum Beispiel, wenn du... die Maus ganz an den Bildrand machst, dann kannst du ja weiter... bisschen weiter gucken. Soll ich mich hier so hinstellen, oder? Ja, nur wenn da diese gelben Kugeln kommen. Und geht los nicht zur Tür, wenn sie die Tür aufbrechen, sonst werdet ihr zerquetscht. Das ist jetzt der Tier. Ja, ich bin bereit. Oder willst du mir noch was sagen, wie das geht hier, Benni, oder? Ich weiß nicht welches. Ist das mit den Pipes oder mit den Zahlen? Weiß nicht. Weiß ich jetzt auch nicht. Wenn da Zahlen sind, musst du halt machen, dass die alle auf einer... Achso, es gibt's nur die beiden. Ja. Ich glaube. Oder willst du halt mit den Rohren. Okay, ich starte. Ich war ja noch mal das mit. Nein! Fertig. Die Tür sind ja noch gar nicht kaputt. Ist das fertig? Ja, ja. Warte, ich hab's gehackt. Kann ich jetzt noch bei you spriten, oder? Nein, nein, nein. Wir müssen die Welle abwarten. Okay. No. Weiter geht's. Wir sind gleich... Achtung, jetzt kommen hier die Fallen. Warte, warte, warte noch. Warte auf, Tine warten. Hier kommen manchmal diese Hinterhalte. Also aufpassen. Tine, nimm doch mal die Waffe. Hab ich doch... Wie, welche Waffe? Hast du... Bei mir hast du die... Das war mir geil. Nee, ich hab... Achso. Also ich hab meine... Meine... Ja, ja. Schutzverlegung. Zum Glück hat man immer dieses Radar. Oh! Das ist der Ende halt. Noch mehr irgendwo. Oh, das ist der Ende halt. Achso. Kann man... Ah, jetzt kommt jetzt der Endgegner an. Jaja, soll er doch. Soll ich mal aktivieren? Geht weg von meiner Granate gleich. Slow-mo. Guck mal, ist noch ein anderer ein Fischer. Ist hier rechts irgendwas? Ach, was kommt jetzt? Okay, I'm standing in Bloodhound. To see if I can't shed a little light on this problem. If you try and stand on lamps while you're crossing the bridge, you should be alright. Tina, nehmen dir Muni. Falls du keine mehr aus. Ja. Oh, jetzt hab ich den Rest genommen. Da muss der Edge hier annehmen. Oh, ich muss da. Das ist den ersten Mal irgendwie. Fertig. Kantine, im Lichtkegel bleiben. Ach, er hat mir sogar die Sache. Kino ist nicht im Lichtkegel. Gut. Oh, das ist so ein fettes Licht. Grunde. Der Weg ist aus, äh, um die zu genade. Der Weg ist aus, äh, um die zu nada. Okay, I'm gonna bring Bloodhound in low and hover. hat doch jetzt wieder ich hab ja ja das sind beide magazine tina hat fast keine muni mehr los kommt hier unten rein Müssen wir hier was machen? Weiß ich nicht. Eigentlich nicht. Hm. Warten. Ganz toll. Ha! Ich hab zum ersten mal nicht am meisten Friendly Feuer. Ich hab gemalt. Ich hab's nicht gesehen. Okay Squad. Command wants the computer is up and running. The colony's reactor was knocked offline by the swarm attack. So you need to find your way to the reactor core and get the juice back on in there. Boah. Ich glaub, wenn Dirk sein Flammenwerter macht, fängt's bei mir voll an zu hacken. Ich hab ihn voll schlecht jetzt. Komisch. Der hat doch gar keine Axt. Wieso hab ich jetzt hier nur 20 Worms? Vorsicht nicht auf die Fässer da. Achtung, da sind Fässer. Weg da von den Kugeln. Weg von den Kugeln. Weg von den Kugeln. Ist das Level mit den Headfrags? Was? Ja. Nein. Oh, der ist gar nicht ein großes Viehchen. Bekau. Die ist lustig. Uiuiui. Der hat mich voll erschrocken. Mach die Tür hier mal zu. Waren immer meinen Sack. Weil hier kommt die ganze Zeit raus. Nahla... Ich hab keinen Schweißer. ich auch nicht mach dich mal ein schweißgerät hat geht es nicht hast du den schweißgerät oder? dann müssen wir weiter hätte ich nehmen können naja stand auf mich ja der legte ja noch obwohl er voll geflammt war voll geflammt er hat ihn noch gehauen ach so hier war das mit dem hack wo man sich da so einladen kann dann die diese geschützter um bedienen kann soll er das fast hier vorher zerstören ist voll träge der ertyp muss weg braucht ihr muni die haben gar keine munition mehr oder? mhm noch ein bisschen moment richtig ist richtig? ne moment ich hab grad den anderen ich hab grad das medical gun den hätte gegeben den hätte gegeben medical gun ok ich hab angefangen er schützt mich an dem geschütz da komm mal ich war jetzt abgebrochen komm mal war jetzt abgebrochen er dich Ich lege hier nochmal Muni hin. Ah ne, da ist ja Muni sicher. Wie ich bin ich? Ey, da müssen wir gar nicht... Also da muss nur einer rein. Ach schon. Wo war Muni? Hast du da was hingelegt, aber das ist schon weg? Weg. Nee, ist weg. Na gut. Ich hab aktiviert. Ich hab aktiviert. Muss ich ja wieder hacken. Nee, aber das dauert, bis die Tür aufgeht. Ah, scheiß wieder. Ist offen. Wir können durch. Nee, können Muni hin? Ah! Ach so, cool. Geh rein! Geh rein! Geh rein! Braucht noch jemand, Muni? Ja, du! Oder? Los, guck mal rein. Ah! Anders! Tine, halt, ich mach, oder? Ja, ja, ich mach das gerade. So, Feuerlöscher, aber mal. Der ist da an der Wand. So, soll ich's machen? Ich mach. Oder, nee, Tine, mach mal. Naja, ich bin jetzt auch mal so. Warte mal. Ach, genau das mit dem Feuerlöscher, was ich letztens, äh... Ah, 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 ah. Also. Na gut. Jetzt hab ich den gelöscht, da. Jetzt hol dir deine Wachen wieder. Jetzt hol dir deine Wachen wieder. Mit dem Feuerlöscher kann man mit dem zweiten Feuermodus, äh, mit dem Feuer... Flammenwerfer kann man mit dem zweiten Feuermodus auch, äh... Feuerlöschen. So. Boah. Waaah. So, Tür hat jemand aktiviert? Ah, oh. Boah, du musst wieder einen mit dir hin. Sicher? Nö. Ich kann da nix machen. Haben wir das schon aktiviert? Äh, Ralf ist... Geht ganz langsam auf. Ralf, hall mal jemand Ralf. Und, 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 Tine. Halt mal selber. Tür geht auf. Tür geht auf. Das rein? Ja. Wuuuh. Der ist auch gut. Wow. Noch einer. Ah! Kommt rein, 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 rein! Oh! Das war's schon! Fühlt doch besser so. Auf normales auf jeden Fall härter als auf easy. Spielst du nochmal auf easy oder was? Bisher haben wir immer auf easy gespielt. Tesla! Flamer-Unit! Boah, Türk! Was hast du gemacht? Hey, friendly fire! Hohoho! Übel! Ups! Fertig? Fertig? All right. Sensors show a massive buildup of eggs and biomass in this sector. Make yourselves a little room to work. Clear out the infestation. Burn them if you have to. But be advised, a destroying biomass calls a swarm. Ah, good. Kack! Ah! Ah! Okay, Squad. Moisture is dripping off those walls. Looks like an ideal breeding ground for swarm parasites. Das muss doch bitte zusammen da. Medik, sting on your toes. I don't wanna lose a marine to infestation. Wieso ist das so gross? Was? Das, was Daniel neulich gemacht hatte, war? Was ist das hier? Ja. Bei mir ist das überhaupt weg. Ah, ja. Abbrutzeln. Fertig zu allem. Fertig zu allem. Fertig von den Kugeltieren. Ah, ja. Oh. So, hier drin muss ich einen Flammenwerfer. Hier drinnen, der, aber da auch, ja. Filter mal stehen. Achtung, Ralf, du bist infiziert. Schnell, heil ihn, jemand. Ja, ich... Heil ihn, jemand. Tine, heil ihn, heil ihn. Und jetzt haben wir einen Prozess. Ja, ich hab... Das war zu spät. Jetzt haben wir einen Prozess. Das war zu... Ich kann zu spät, ey. Sind die Parasiten jetzt alle weg? Tine, ich hab dich falsch genommen. Tine, das ist gar nicht, wo der auf einmal herkam, der Parasite. Achtung, Tine, du bist gleich tot. Der halt auch nicht. Der kam irgendwie von unten plötzlich angesprungen. Keine Ahnung, wo der... Wo der herkam. Okay, wo müssen wir denn jetzt hin? Wo ist denn, Ralf? Ist denn auch tot? Geh, wo ich bin. Oh Mann, aber Ralf ist tot. Hier, komm, komm. Ja, das können wir nicht ändern. Wer bleibt hinter dir? Na ja. Wo ist mein Plattwerfer? Scheiße. Alle vielleicht? No! Ah, ich hasse dieses Viecher. Hä? Hä, ich seh die gar nicht. Fliegeviecher sind doch ganz am Anfang, oder? Könnt ihr noch einmal stark... Ja, ich... Ja, ha, ha, ha. Hä, dann ist es spät... Achso, nee, dann müssen wir nichts öffnen. Aua. Manchmal ist es vorbei, wenn... wenn man was öffnen muss. Hast du den, Dirk? Das ist ein Feuerlöscher. Gut, dann guck ich's gar nicht. Ich würde auch gerne nochmal starten. Ja, ich würde auch gerne nochmal starten. Ja, ich würde auch gerne nochmal starten. Ey, der ist weggelegt. Also, von mir aus können wir auch gerne nochmal starten. Ruf mich mal an, wenn ihr fertig seid, ja. Machen wir die Parasiten jetzt weg? Tine. Äh, ja, warte mal, Moment. Okay. Wie kann denn der überhaupt weg sein, Dirk? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Benni, können wir nochmal starten vielleicht die Mission? Aaaaaah. Weiß ich, ob das geht. Fällt mein Flachwärter nicht mehr. Da unten. Ist Ralf jetzt weg, oder was? Ich, ich geh mal schnell auf der Lütte. Also, kurze Frage, was haben wir vorhin falsch gemacht, dass Ralf gestorben ist? Ich hab ihn nicht geheilt, oder zu recht, nicht rechtzeitig geheilt, ne? Ich weiß nicht, wo der herkam. Ja, aber ich weiß nicht, wo dieser Parasit herkam. Der kam von unten, da dürften eigentlich gar keine sein. Da hätte ich niemals mit gerechnet, dass da der einer herkommt. Ich hab ihn nur angesprungen sehen und dann war er schon bei Ralf. Da hab ich auch wirklich gerechnet. Eigentlich waren die nur in den Räumen über. Oh, jetzt sind ja ein Kreuz schon. Dirk hatte ja gequält schon ein bisschen drüber. Gequält. Gequält Parasiten, ja. Was ist da? Nee. Ich bin da. Stehst da so, drumherum. In der Landschaft. Na, wie leht der noch? Was? Judo. Wir sind jetzt schon wie ein Duhl. Für Anfänger. Wauw, 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 wauw. Lass uns mal ein bisschen rumkugeln. Ja. Jetzt kleines ist diese Rückwärtsrolle. Ich stehe rückwärts, kugeln. Dann drehst du dich. Ich bin aufgrund. Ja, ja, das war ein Fazit. Ich dachte, man wäre schon durchgegangen. Jetzt kommen diese Bögen. Ich bin jetzt wieder. Ich bin jetzt wieder. Ich bin jetzt wieder durchgegangen. Ich mag dich. Boah. Pösche, pösche. Boah, hier fängt sich alles anzuhacken. Oh, da sind kleine. Au. Da sind kleine Maden bei dir hinter dir. Ja, da kann man kaputt treten. Ja, die tun nix. Da kann man kaputt treten. Ja. 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 wirkspar dir deine flammenwerfer hier hinten wo hinten im hinten brauch hier drin da waren noch zwei eier da wurde reibfüllt ok dann weiter hier rechts oh sorry wow leck ja kommt hier rein immer hinter mir bleiben ja da ist einer auf den helft mir heil mich wo bist du denn weg boah das war knapp ey das war knapp danke cool ist gleich boah das war auch knapp das eier waren fast da ist einer ich hab ihn hier sind eier ah Parasiten boah über knapp ah Parasiten auf mir viele Haare links ne ihr seid mir hier ist kein ne jetzt ist einer auf mir ne hä wo bist du denn wenn ich achto ne ne verstehe ich nicht das war ein normales hier da ist ein eier vorne ist noch ein eier aufgepasst mach die platz das war knapp gut dirk macht das platz oh das ist ein schweiz dann planen wir das alle kacke dann müssen wir anders rum kann man das wieder aufladen man kann das gut machen ja einmal ein es gibt hier irgendwo was hier in dem raum müsste es was geben die maden waren nicht schlauer oh sorry ralf sorry nicht an die Tür geht sonst werdet ihr zerquetscht jetzt aufgebrochen wird die Tür da links hier unten ist Ammo da ist noch Mutti hier unten hier war irgendwo war ich ja aber nachladen nachschutz wegen Raketenwerfer das war hier irgendwo das war hier irgendwo Slummeer von mir hab ich genommen das ist nur noch zu lang hier wo die wie ist Feuer verbraucht den Flammenwerfer doch nicht an den normalen hat jemand ein Schweißgerät ja entweder die Tür aufschweißen oder Feuer löschen da unten von beiden aber geh schnell weg von der Tür dann hat er rechtzeitig wecken es brennt lösch mal lösch mal Achtung Dirk du bist fast tot okay heil mal Dirk muss geheilt werden zieht danke so hier ist der Raum wo wir zum Schluss uns verteidigen müssen hier ist auch nochmal wo die 5 Flammenwerfer glaube ich so jetzt hier unten für die Fahrstuhlmusik ey reicht das schon das reicht noch nicht ganz hier unten da glaube ich oder kann man es nicht rutschießen okay das kann man auch rutschen ne das ist weg höh hä wo seid ihr denn ach doch ist der oben oder unten der müsste oben sein ach du shit aaaaaah shit äh ja was macht ihr denn da das war nichts Tine ist alleine irgendwo rum ne ich war irgendwie na gut ich bin in die falsche Richtung glaube ich wahrscheinlich aber da kamen nur drei Flücher und ich hab die nicht fertig gemacht okay aber jetzt sind die wenigsten alle Nester ach so und ich glaube ich hatte die Medi-Gun also die Heilungskanone scheiße du na wo ist denn die hier ich anscheinend ach die darf ich nicht nehmen der kann einen Medic nehmen scheiße aber hier ist noch ne das kann ich nicht hier rum muss Tag hitten wo ich bin okay ich komme Benni kommt auch mit treppe nochmal hoch ich muss Armour nehmen egal ja ich wollte nicht Benni alleine lassen da an der gleichen Stelle wo Tine gestorben ist au kommt ihr ja sonst sind Parasiten ich habe keinen Muni für eine Flamme mehr ich hacke da ist einer drin Achtung steck unten ich versuche die Parasiten gleich zu töten ok ok ich glaube das war's drei stück waren drei stück waren ouch ouch scheiße vorsicht weg pass auf der explodiert ach so ist schon tot ach so ist schon tot okay der muss ja nichts bleiben vorsicht heilung haben wir nicht mehr heilung haben wir nicht mehr ist das Muni haben wir noch Muni ah fuck ey Swera Muni legt hier beim hier legt das hin hier legt das hin legt nochmal hin für Dirk was macht ihr denn für eine volle ja hacke hacke ich zum hacken komm kommt gar nichts gar kein Minispiel geht so könnt euch auch ruhig hinter die Schütze stellen erstmal ja Dirk legt also vorne rum noch schiebt meins ja oh das gleicht aus glaube ich mein Schuss der Fahrstuhl ist da rein 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 komm rein Dirk komm rein Dirk komm rein Dirk 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 jawoll war zu laut sorry hab ich nicht gehört aber wir werden besser mit dem aber wir werden besser mit dem friendly fire nicht drei mal drei mal kann ich das mal kann ich das mal kann ich das mal kann ich das level kennen ralf und tini jetzt noch nicht ne das jetzt das vorher der das kennt ihr noch nicht ich glaub wir hatten das ganz kurz angespielt ja bei mit daniel was ist mit tina los? tina? was ist denn los? all right so 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 au au so 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 Achtung! Oh, das war knapp, ey. Ha! Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. Achtung! Fuck! Boah! Ist der schon tot da unten? Wir müssen irgendwie hinter den kommen. Wir müssen irgendwie hinter den kommen. Ist der noch nicht tot? Das wär gut. Noch so'n Krieg. Komm runter, du bist... Boah, schon wieder so'n Art-and-Drie-Teil. Boah! Wie weit kann der werfen? Oh, fuck! Du bist fast tot! Jetzt hab ich's. Dinu bist auch fast tot. Hier oben, wir sind... Hier oben rein ist... Hier oben rein ist Schluss. Boah! Dieser Railgun ist total für'n Arsch. Aber ich will das achieve nicht. Am letzten Level nehm ich jetzt was anderes. Oh! Okay, freeze-grenades. Oh, ja. Super. Oh, das Wasser sieht ja gut aus. Das sagst du irgendwie in jedem Spiel. Das sind jetzt keine Parasiten, diese ganz kleinen Viecher, aber die machen auch Schaden. Diese Parasiten sind so grünlich. Komm, Tina. Komm, Tina. Wir werden die Atom-Molle mit dem Smiley. Die Atom-Molle mit dem Smiley. Achtung bei der Tür, es kommen glaube ich welche dahinter dann gleich. Oder? Nein, noch nicht. Oder eine andere Tür. Oder eine andere Tür. Wo? Ach so, übrigens. Diese ganz kleinen Viecher kommen aus so größeren Müttern sozusagen raus. Man muss die Mütter dann killen. Unbedingt. Meistens jedenfalls. Hier ist jetzt gleich so eine Mutter. Hier hinter dem Dings. Da. Das ist so eine Mutter. Da kommen diese kleinen Viecher dann mal raus. Au. Tine, du bist fast tot. Ja. Vorsicht. Achso, er hat sie nicht. Achso. Au. Dirk, willst du deine Waffe wieder haben? Dirk, hol mal deine Waffe wieder. Vorsicht, da sind Eier. Killt die Eier schnell, sonst kommen die Schlüpfen wieder. Au. Ich hab doch meine Waffe. Hast du diesen Laser nicht? Hast du den Laser, oder? Da lag noch eine Tethergun rum. Egal. So, hinter der Tür sind Parasiten. Ich hab alles. Da kann man die schon sehen. Da links. Warte mal, ich will mal kurz heilen. Hier, sind sie die? Links hinter der Tür sind Parasiten. Seht ihr den? So sehen die aus. Von rechts da oben ist so eine Mutter. Okay. Also, du sollst sofort auf die Parasiten schießen, wenn die Tür aufdreht. Dirk? Ja, ich mach's. Ich hab wieder vergewirkt, dass ich Tüe drücken muss. Ich sagte, dass die ganze Tüte die aus dem Weg. Sorry. Der Tank muss aufmachen. Ich baller sofort los, wenn's aufgeht. Da ist noch eine Munition. Wer will die nehmen? Ja. Vielleicht Dirk, oder so? Okay. Hier muss irgendwo auch so ein Artikel-Viech jetzt noch sein. Hier sind diese Springstiefel. Weg, 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 weg. Ich glaube, die kann man dann da rüber springen. Aber ich habe die noch nie benutzt. Aufpassen, jetzt sind hier auch Parasiten manchmal auf dieser Rampe. Da war er. Ja, hier sind wir hier. Sehr gut. Du krall, da war nicht so ganz so schnell. Da sehen die immer nie was. Was? Das ist so schwierig. Das haben wir viele. Boah, f***. Da oben gibt es, äh, Nachschub. Achtung, Achtung. Äh, Ralf. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Nicht zur Tür, nicht zur Tür, sonst wirst du zerquetscht. Ich weiß. Tschüss. Tina heil dich selber auf. Au. Ja, ich komm nicht mehr. Wo seid ihr denn? Da war noch ne kleine Horde hin. Da kommen wieder welche. Einer muss jetzt den Laser aufnehmen und die Steine kaputt machen. Da kommt wieder ein riesen Vieh. Einer muss den Laser nehmen und die Steine kaputt machen. Ich trau mich nicht. Ach, weiß ich noch nie, aber ich glaub da wird es halt bei dir. Der Hälter sind gleich welche, also passt auf. Die Eier kaputt machen. Sofort die Eier kaputt machen, wenn ihr irgendwelche seht. Da sind doch welche auf drei Höhungen, also aufpassen. Achtung, da sind Parasiten. Vorsicht, Parasiten sind oben. Ich hab heute keine Mühe mehr, hm? Ich leg's vorwärts hier hin. Okay, danke. Ich wüsste, ich komm da oben nicht ran. Oh, hab ich alles genommen? Nein, sorry. Nee, ich hab auch was genommen. Ach so, ich dachte schon. Ich glaub's. So, hier gibt's ganz viel money. Der Rückblick wird krass. Hier ist noch Muni, wenn doch jemand will. Ja, wenn das keine andere haben will, nehme ich das. Also ich habe schon, also vielleicht Dirk oder so, der hat ziemlich wenig, glaube ich. Du hast voll wenig, Tina, du hast nur vier von zehn. Ich habe, wieso, ich habe... Für meine Minikracht kann ich die Muni nicht. So. Kannst du für meinen Flammenwerfer. So, und wir müssen gleich ganz schnell wieder zurückrennen, ja? Der Endling muss da oben jetzt hacken und dann geht es mit dem Zurücklaufen los. Genau. Und zwar zackig. Ja, und zwar zackig. Ich vergesse auch immer das Drücken hier. So, los, 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 los. Genau, wir haben nämlich ein Zeitlimit. Hier, hier, ich komme, Tina. Lass mich als Flammenwerfer hoch, da sind wieder ein paar Headcrabs vorne. Ich kann's moving. Kommt, weiter. Hier, jetzt geht's mir viel lang. Hier müssten gleich welche kommen. Parasiten. Hier, 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 hier. Warte, hier, rechts, rechts, rechts. Okay, gleich das Finale. Das sieht gut aus. Versucht euch nach durchzuschlagen. Versucht durchzurennen erstmal. Versucht erstmal durchzurennen. Hier sind nämlich Geschütze. Das ist nämlich das Schiff, das schießt. Und jetzt deckt die Rampen. Kannst du mich rein, Tina? Ja. Das ist nämlich das Schiff, das Schiff. Die Rampen. Warte. Und jetzt deckt die Rampen. mit 30 Sekunden. Okay, er kommt. Gleich ist er da. Komm, 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 komm! Sehr schön. Ich hab bestimmt auch jedes zweite Mal vergessen, 10 zu drücken. Ja, ich auch. Ein Zentimeter vor. MediGun! Nächstes Level. Und das war jetzt das Finale? Das war's, ja. Ja, okay. Und es gibt wie viele Schwierigkeiten zu prüfen? Also Easy, Normal und Hard? Hard, Experten? Und dann noch mit Computer AI.